Das Projekt Haushof Wahn, das ich das erste Mal gehört habe, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich denke, Berlin braucht so ein schönes Projekt, deswegen wollte ich mich auch mit beteiligen und bei dem Bauarbeiten mit teilzunehmen, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich dann auch bei diesem Projekt beteiligen durfte. Deswegen bedanke ich mich auch herzlich an Haushof Wahn. Vielen Dank.